Wie anders werden die Analysen sein, wenn sie nicht auf nüchternen Magen genommen werden? Hallo zusammen, liebe Freunde, schauen Sie neulich. Ein Freund von mir stellte mir eine solche Frage. Wie anders werden die Analysen sein? Ja, wenn diese Analyse nicht mehr so ist, wie wir es gewohnt sind. Zum Beispiel auf nüchternen Magen zu essen Fall versuchen wir uns mal mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Und eine Antwort darauf zu finden und als erstes bitte den Kanal abonnieren nicht vergessen. Ein Liege setzen und auch Reposten, schauen ob es solche Empfehlungen gibt. Also auf jeden Fall die Analysen. Sie werden ziemlich stark abweichen, um festzustellen, was sie haben. Dann sind die Indikatoren wirklich absolut nicht normal. Und jetzt werden Sie selbst Ärzten nicht glauben, dass es manchmal vorkommt, dass Ultraschall gemacht wird, wenn Sie einstellen, dass es nicht auf nüchternen Magen ist. Sie verstehen, Sie verstehen und sehen, dass es nicht auf nüchternen Magen ist, weil die Indikatoren so radikal unterschiedlich sind, dass sie in der Tat führen können. Nun, absolut definitiv kein guter Indikator. Das ist, was los ist aller Empfehlungen. Die Ärzte geben seien wir ehrlich. Sie basieren und werden aus einem Grund gemacht. Da man natürlich immer darauf stößt, dass der Gesundheitszustand sehr schlecht erscheinen kann und kann zu zusätzlichen Analysen für zusätzliche Studien führen. Also verbessern wir das Ergebnis der Analyse auf nüchternen Magen und die Ergebnisse können wirklich sehr unterschiedlich sein. Punkt bitte beachten Sie, dass Sie den Kanal abonnieren.